Vergessen Sie nicht zu schreiben. Kilo alde Er hat Angewicht zugenommen. Er hat Angewicht zugenommen. Bir Saniye lütfen. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde, bitte. Güzel bir Figürü var. Sie hat eine schöne Figur. Salı günü buluşabilir miyiz? Können wir uns am Dienstag treffen? Können wir uns am Dienstag treffen? Kilo alıyor musunuz? Nehmen Sie Angewicht zu? Nehmen Sie Angewicht zu? Rezervasyona ihtiyacim var mı? Brauche ich eine Reservierung? Brauche ich eine Reservierung? Sorun değil, teakürler. Das ist in Ordnung, danke. Das ist in Ordnung, danke. Bu çok talişsiz. Das ist sehr bedauerlich. Bu sefer korkunçtu. Diesmal war es schrecklich. Diesmal war es schrecklich. Müze ne zaman açılıyor? Wann öffnet das Museum? Wann öffnet das Museum? Bu da yemek yasak? Essen ist hier verboten. Essen ist hier verboten. Bana şüpheli geliyor. Für mich klingt das verdächtig. Für mich klingt das verdächtig. Her şey mantıklı değil. Nicht alles ist logisch. Nicht alles ist logisch. Artık eğlenmiyoruz. Wir haben keinen Spaß mehr. Wir haben keinen Spaß mehr. Ne yapmak istiyorsun? Was beabsichtigen Sie zu tun? Was beabsichtigen Sie zu tun? Fikriniz mantıklı. Ihre Meinung ist unvernünftig. Ihre Meinung ist unvernünftig. Fikriniz mantıklı. Tavadan ateşe. Aus der Bratpfanne ins Feuer. Aus der Bratpfanne ins Feuer. Başka belirtiler var mı? Haben Sie? Haben Sie weitere Symptome? Haben Sie weitere Symptome? Kendine güvenmek. Seien Sie zuversichtlich. Seien Sie zuversichtlich. Seien Sie zuversichtlich. Seien Sie zuversichtlich. Bein Sie zuversichtlich. 20米. Es hat etwa 20米. Es hat etwa 20米. Mein Element ist die Erde. Mein Element ist die Erde. Bir Mena alabilir miyiz lütfen? Können wir bitte eine Speisekarte haben? Kısa süre içinde gelecek. Es wird in Kürze eintreffen. Es wird in Kürze eintreffen. Bir şey yemek ist en sen. Möchten Sie etwas essen? Möchten Sie etwas essen? Araba kiralamak istiyorum. Ich möchte ein Auto miden. Hala karar vermedim. Ich habe mich noch immer nicht entschieden. Biraz para ödünç alabilir miyim? Kann ich mir etwas Geld layen? Kann ich mir etwas Geld layen? Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. O Araba ne renk? Welche Farbe hat dieses Auto? Welche Farbe hat dieses Auto? Bir bardak su alabilir miyim lütfen? Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Er schlendert durch die Stadt. 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 Sie wurde immer schöner. Sie wurde immer schöner. Keşke kuşol seidem. Ich wünschte, ich wäre ein Vogel? Ich wünschte, ich wäre ein Vogel? Ich wünschte, ich wäre ein Vogel? O sadece 46 yaşında. Er ist erst 46 Jahre alt. Sadece hayalet. Stellen Sie sich nur vor. Alay etme. Seien Sie kein Scherzbold. Seien Sie kein Scherzbold. Birinci hatta. Er ist auf Leitung 1. Er ist auf Leitung 1. Ihm, teşekkürler. Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. Ja, das ist meins. Ja, das ist meins. Hak ediyorsun. Sie haben es verdient. Sie haben es verdient. Mezar görünüyorsun. Du siehst ernst aus. Du siehst ernst aus. Kimseye söyleme. Sagen Sie es niemandem. Sagen Sie es niemandem. Bu bir yangın tehlikesi. Das ist eine Brandgefahr. Das ist eine Brandgefahr. Jeff hat geheiratet. Jeff hat geheiratet. Eller yukarı. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Burada dur, lütfen. Halten Sie bitte hier an. Halten Sie bitte hier an. Ich steh ruh budur. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die richtige Einstellung. Benim ne evrenir müssen. Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Gergin görünüyorsun. Sie scheinen nervös zu sein. Sie scheinen nervös zu sein. Bana yalanche deme. Nennen Sie mich nicht einen Lügner. Nennen Sie mich nicht einen Lügner. Für meine Hände hoch. Mir wurde meine Tasche. Mir wurde meine Tasche. Mir wurde meine Tasche. Gescholen. Belediabinasına bakmaktadır Er steht gegenüber dem Rathaus Er steht gegenüber dem Rathaus Sadece 5 gün kaldı Nur noch 5 Tage Nur noch 5 Tage Düşüşümüz vardı Wir hatten einen Streit Wir hatten einen Streit Kuralları çiğnemeyin Berechen Sie die Regel nicht Berechen Sie die Regel nicht Bu kendi iyiliğin için Es ist zu ihrem eigenen wohl Es ist zu ihrem eigenen wohl Evet, çok uzun zaman oldu Ja, es ist schon so lange her Ja, es ist schon so lange her Bir dahaki sefere daha iyi şanslar Viel Glück beim nächsten Mal Viel Glück beim nächsten Mal Dudaklarınızı kapalı tutun Halten Sie Ihre Lippen verschlossen Halten Sie Ihre Lippen verschlossen Benim için ne aldı Was haben Sie für mich bekommen Was haben Sie für mich bekommen Her şey olabilir Es könnte alles mögliche passieren Es könnte alles mögliche passieren İyi Noeller Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest Bununla gerçekten gurur duyuyorum Darauf bin ich wirklich stolz Darauf bin ich wirklich stolz Ist dies eine Vergnügungsreise Ist dies eine Vergnügungsreise Kahve Fincanımı kim kırdı Wer hat meine Kaffeetasse zerbrochen Wer hat meine Kaffeetasse zerbrochen Geçen hafta geldim Ich bin erst letzte Woche angekommen Ich bin erst letzte Woche angekommen Biraz daha ister misin Möchten Sie noch mehr Möchten Sie noch mehr Möchten Sie noch mehr Kommst du zu meiner Party Kommst du zu meiner Party Daha çok çalışmalıydım Ich hätte mehr lernen Ich hätte mehr lernen sollen Ich hätte mehr lernen sollen Kendinizi bu kadar çok sevmeyin Schmeicheln Sie sich nicht so sehr Schmeicheln Sie sich nicht so sehr Benidin ne meliden Sie hätten auf mich hören sollen Sie hätten auf mich hören sollen Bu benim için çok fazla Das ist zu viel für mich Das ist zu viel für mich Avatar üzerinde çalıştı Er arbeitete an Evita Er arbeitete an Evita Nötr tutmak istiyorum Ich würde es gerne neutral halten Baleine gittin mi? Waren Sie in den Flitterwochen? Waren Sie in den Flitterwochen? Ne zaman evleniyorsun? Waren Sie in den Flitterwochen? 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 Bu restoranda kaç kişi var? Wie viele Personen sind in diesem Restaurant? Wie viele Personen sind in diesem Restaurant? En yakın hastane nerede? Wo ist das nächste Krankenhaus? Wo ist das nächste Krankenhaus? Kanada'da sık sık kar yağar mı? Schneid es in Kanada oft. Schneid es in Kanada oft. Otelde bir bar var mı? Gibt es eine bar im Hotel? Gibt es eine bar im Hotel? Size söyleyeme. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gerçekten çok kolay. Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Biriçki en edersin? Wie wäre es mit einem Drink? Wie wäre es mit einem Drink? Ich habe den Jackpot geknackt. Ich habe den Jackpot geknackt. Bu acil bir durum. Es handelt sich um einen Notfall. Es handelt sich um einen Notfall. Bu koku da ne? Was ist das für ein Geruch? Was ist das für ein Geruch? Warum ist das für ein Geruch? Ich werde bald vorbei kommen. Ich werde bald vorbei kommen. Ich werde bald vorbei kommen. Hören Sie auf, sich zu beschweren. Hören Sie auf, sich zu beschweren. Bu hospierhaber Das ist eine willkommene Nachricht. Das ist eine willkommene Nachricht. Wir haben uns gerade unterhalten. Wir haben uns gerade unterhalten. Seni dışarı çıkarmak istemiyorum. Ich will Ihnen nicht zur Last fallen. Ich will Ihnen nicht zur Last fallen. Bo schwakt im Warme Haben Sie etwas freier Zeit? Haben Sie etwas freier Zeit? Ich bin von meiner Frau getrennt. Ich bin von meiner Frau getrennt. Benim için her şeysin. Du bedeutest mir alles. Du bedeutest mir alles. Dichlerimi fırçalamam lazım. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich muss mir die Zähne putzen. Burada ne kadar süredir çalışıyorsun? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Wie lange ist das? Wie lange am ich? 事山 Diamond Ich bin zweimal destin. Beهunte bitte dafür. Was hat für die Zähne kind? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Wie lange nicht stecken?